Sie sind hier, 2. September 2018, 15.16 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Maximilian Philipp zog sich im Spiel in Hannover, keinen Nasenbeinbruch zu Urheberrecht, Getty Images, BVB-Stürmer Maximilian Philipp verletzt sich in Hannover bei einem Zusammenprall im Gesicht. Borussia Dortmund veröffentlicht jetzt Details zu seiner Verletzung. Entwarnung bei Maximilian Philipp von Borussia Dortmund, der Angreifer hat beim 0 zu 0 bei Hannover 96 am Freitagabend entgegen erster Befürchtungen keinen Nasenbeinbruch erlitten. Wie der BVB am Sonntag via Twitter mitteilte, erlitt der Angreifer lediglich eine Prellung. Nach einem Zusammenprall mit Hannovers Waldemar Anden hatte Philipp aus der Nase geblutet und musste behandelt werden, 62. Der 24-Jährige spielte anschließend noch bis zur 79. Spielminute weiter, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017